So, also wie versprochen, hier heute zum Teil 2 des Geheimnisses hinter meiner Halskette. Wie ihr seht, es ist eine Zündkerze und was macht eine Zündkerze? Eine Zündkerze gibt Zündfunken, sprich Energie und das ist letztendlich, was auch der Erfolg meines Geschäftes ist, Begeisterung. Begeisterung ist das, was ansteckt, Begeisterung ist das, was sich überträgt und so eine Zündkerze, die gibt ja nicht nur einen Zündfunken, sondern die gibt ständig Zündfunken und je mehr Zündfunken sie gibt, das heißt mehr Begeisterung verteilt wird, umso mehr Energie entsteht, sprich umso schneller rennt der Motor, umso schneller wächst das Geschäft. So, jetzt kommt natürlich noch die Frage, woher kommt die Begeisterung und darüber sprechen wir dann das nächste Mal, freue ich mich schon drauf. Apropos, wenn ihr wissen wollt, wie ich zu der Halskette gekommen bin, das verrate ich euch dann auch das nächste Mal.